Liebe Rollstuhl-Basketball-Freunde, willkommen an meiner Seite, Maja Lindholt. Wir sind hier heute in Hamburg im Skandek Hamburg Emporio, dem Teamhotel, wo alle Mannschaften unterkommen werden zur Rollstuhl-Basketball-Weltmeisterschaft 2018 in der schönen Hansestadt. Maja, wie gefällt es dir bis dato? Ja, das Hotel ist ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Sehr schnieke, schöne Zimmer, schönes Ambiente, also es ist ganz nett hier. Ja, ich würde dazu sagen, es ist jetzt kein bezahlter Beitrag. Maja schwimmt wirklich so von dem Hotel. Vielleicht kannst du mal ein, zwei Sätze zu den Dingen erzählen, die dir bisher aufgefallen sind hier im Hotel, was dir besonders gut gefällt? Ja, also erstmal sieht alles hier schön aus. Das ist nicht ein 0815-Hotel, sondern das Design ist irgendwie auch alles ganz schön. Es ist alles wirklich sehr barrierefrei. Das ist natürlich für uns auch ganz wichtig und irgendwie das ganze Konzept gefällt mir einfach. Ja, du kommst ja aus Hamburg, bist gebürtige Hamburgerin. Wie weit, beziehungsweise wie freust du dich jetzt auf die Weltmeisterschaft? Ist das etwas Besonderes für dich jetzt hier in der Heimatstadt zu spielen, vor all deinen Freundinnen und Freunden und der Oma? Ja, na klar. Also ich finde, das ist nochmal ein ganz anderer, ja nicht ein anderer Anspruch, aber es ist nochmal eine andere Atmosphäre auf jeden Fall und man hat irgendwie noch mehr Druck, wenn die Leute auch direkt in der Halle sind, als wenn man weiß, die gucken vielleicht nur zu. Aber dementsprechend, ich freue mich natürlich auch, dass irgendwie alle wirklich live vor Ort dabei sein können und irgendwie dieses Erlebnis auch mal live miterleben und nicht nur über den Fernseher. Von daher freue ich mich wirklich riesig, dass das hier in Hamburg stattfindet. Wie gut stehen die Chancen, dass du dabei bist nächstes Jahr? Ja, wollen wir mal gucken, ne? Also ich werde erst mal zum Sichtungslehrgang gehen und dann muss man mal gucken. Wir haben natürlich auch viele neue Spieler, Martin hat auch nochmal viel oder wird auch nochmal viel sichten. Also ich denke, da hat keiner eine safe Position, sondern jeder muss sich da auch seine Position wirklich erkämpfen und ich werde alles dafür tun und dann hoffe ich natürlich, dass ich dabei sein werde. Wie neidisch guckst du zum Beispiel nach England, wo alle Spielerinnen, alle Spieler so an einem Standort gebündelt werden, die nichts anderes machen, als Rollstuhlbasketball zu spielen? Du gehst ja nebenbei noch ein bisschen arbeiten, musst dein Lebensunterhalt verdienen, deine Miete zahlen und so weiter. Bist du da so ein bisschen neidisch oder was müsste deiner Meinung nach passieren, dass du es noch besser hättest, sagen wir als Rollstuhlbasketballerin? Ja, ich denke, das ist momentan in Deutschland einfach noch ein bisschen schwierig und dass man da schon ein bisschen neidisch drauf ist, dass die das ganze Jahr zusammen als Team trainieren können. Da sind die uns auf jeden Fall einen Riesenschritt voraus und wir müssen immer in der Vorbereitung gucken, dass wir uns schnell irgendwie zusammenfinden und jeder irgendwie seine Rollen und Position wiederfindet und die sind das ganze Jahr irgendwie in ihrer Rolle. Ja, da braucht man sicherlich auch ein bisschen Geld und ein Konzept. Aber wir sind ja jetzt auch dabei, nochmal wieder Damen-Teams zu etablieren. Das ist ja so der nächste Schritt. Also da ist ja auch der Bundestrainer ganz engagiert, da jetzt auch noch ein bisschen was zu tun und ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, du selbst spielst ja in der zweiten Liga. Warum eigentlich? Ja, ich bin in der zweiten Liga. Genau, das passt so ein bisschen. Für mich ist es einfach so, dass ich in der zweiten Liga eher die Rolle spielen kann, die ich dann auch in der Nationalmannschaft spiele mit meiner Klassifizierung und mir dann sozusagen der Wechsel dann in die Nation ein bisschen leichter fällt, als wenn ich in der ersten vielleicht eher ein bisschen weniger mit dem Ball zu tun habe und mehr für die anderen fahre, was sicher auch nicht schadet. Aber ich habe das Gefühl, dass ich mich einfach besser dann auch auf die Nation vorbereiten kann und da dann die Umstellung etwas leichter vielleicht fällt. Ja, eigentlich hättet ihr jetzt am Wochenende ein Spiel gehabt, das ist leider ausgefallen, weil die Korbanlage defekt war in Hamburg. Wie geht es jetzt weiter mit den nächsten Spielen? Was sind so die Ziele bei dir mit den BG Baskets 2? Ja, erstmal dann natürlich gut in die Saison starten. Ich meine, das nächste Spiel ist gegen Osnabrück. Ich glaube, das ist auch schon auf jeden Fall ein guter Gegner, wo man mal so gucken kann, wie so die Lage ist. Die haben sich ja auch gut verstärkt. Genau, und dann wollen wir einfach mal gucken, was so drin ist. Also absteigen wollen wir nicht. Aufsteigen wäre vielleicht auch mal eine ganz witzige Aktion. Ne, ja, einfach als Team zusammenfinden, guten Basketball spielen und dann gucken wir mal. Wieso bist du überzeugt, dass die Weltmeisterschaft in Hamburg so richtig gut wird? Ja, weil ich einfach merke, was jetzt im Vorwege schon alles läuft, weil ich irgendwie einfach ein gutes Gefühl habe, weil ich weiß, da sind gute Leute, die sehr viel organisieren, die da mit Herzblut dabei sind, die auch wissen, wie sowas läuft und viele Meisterschaften irgendwie miterlebt haben. Und Hamburg einfach eine schöne Stadt ist, wir eine tolle Halle haben, ein schönes Hotel. Ja, deswegen wird es einfach super. Was würdest du gerne sagen nach der Weltmeisterschaft? Jetzt mal unabhängig von irgendwelchen Medaillen, Weltmeisterschaftstiteln oder so. Mit welchem Gefühl würdest du gerne rausgehen nach den, ja, zehn, elf Tagen hier in Hamburg? Ja, dass man einfach sagen kann, dass es ein schönes Event war. Egal, ja, egal wie die Spiele waren, so als Sportler ist immer schwer, aber dass man irgendwie einfach sagen kann, dass man Leuten eine Freude gemacht hat, dass man selber Spaß gehabt hat. Ja, dass man einfach so ein rundes Ding, sag ich mal, hatte. Ja, Maja, danke für deine Zeit. Ihr zu Hause hattet hoffentlich auch Spaß hier mit dem Satzwechsel hier in Hamburg im Teamhotel. Weltmeisterschaft 2018 in Hamburg. Seid dabei, wir freuen uns auf euch. Bis dann. Ciao.